Hallo, mein Name ist Dr. Rainer Probst. Ich habe eine Praxis in München und mein Anliegen war und ist, dass Menschen, die von der Schulmedizin aufgegeben wurden und nach Hause zum Sterben geschickt wurden, trotzdem zu helfen und sie zu unterstützen. Zu Dr. Probst kommen hauptsächlich Menschen mit Krebserkrankungen, die in der Schulmedizin palliativ gelten. Das bedeutet, es besteht keine Aussicht auf Heilung. Meine Kollegen und ich verwenden in den Therapien eben Substanzen, die in der Schulmedizin keine Chance haben. Und das sind Naturstoffe, die oft ein hohes Potenzial haben, auch bei fortgeschrittenen Krebspatienten noch Effekte und Erfolge zu erzielen. Dr. Probst hat ein vielversprechendes Verfahren zur Krebstherapie entwickelt, bei dem verschiedene natürliche Wirkstoffe in Kombination mit niedrig dosierten, insulinpotenzierten Chemotherapeutika zum Einsatz kommen. Dieses innovative Behandlungskonzept wird gezielt in speziellen Fällen als ärztlicher Heilversuch angewendet. In den letzten 20 Jahren hatte ich immer wieder einschlägige Erfolge bei austherapierten Krebspatienten. Ich hatte Zungengrundkrebs und Dr. Reinhard Probst hat mich definitiv geheilt. Ich bin jetzt den Weg gegangen mit Herrn Dr. Reinhard Probst aus München und dieser Weg hat mich so weit geführt, dass ich heute krebsfrei bin. Dr. Probst war dann mein letzter Strohhalm bei mir, nachdem es ja schon so weit fortgeschritten war und ich als palliativ galt. Das heißt, nicht mehr heilbar war. Ja, war das für mich wie ein kleines Wunder. Ich bin am Eierstockkrebs erkrankt. Ärzte oder Menschen wie der Dr. Probst gibt es einfach zu wenig in dieser heutigen Zeit. Und ich persönlich schätze solche Hilfsbereitschaften oder Menschlichkeit oder Freundlichkeit von diesem Arzt und ich werde in meinem Leben lang dafür dankbar sein. Nach der OP bei meinem Gespräch hat mein Arzt auch gesagt, dass man bei mir nicht erwartet hat, dass sich der Tumor komplett auflöst. Also so eine Komplettremission hat man bei mir einfach nicht erwartet, weil er einfach zu groß war. Ich hatte Dickdarmkrebs und Dr. Probst hat mich geheilt. Eine mehrwöchige Therapie mit hochqualitativen Natursubstanzen kostet in der Regel um die 20.000 Euro. Das können sich viele Menschen nicht leisten. Seit 2018 unterstütze ich deswegen Patienten ohne Geld mit meinem Privatvermögen. Und das war der Hauptgrund, mich für verrückt zu erklären. Der Vorwurf, ich verschleudere quasi wahllos Geld. Aber wahllos war es nicht. Ich tat es, um Menschen, die sehr krank sind, zu helfen. Mit dem Ziel, den krebskranken Menschen zu helfen, gründete Dr. Probst gemeinsam mit seinen engagierten Kollegen die International Cancer Corporation. Für dieses wichtige Projekt, Menschen zu unterstützen, die in Not sind und kein Geld haben, brauchen wir finanzielle Mittel. Ich bitte Sie, unser Anliegen zu unterstützen. Mit Ihrem Geld unterstützen Sie keine Produktion technischer Geräte, Filme, Musik, irgendein Gimmick, um damit Geld zu verdienen. Mit Ihrer Spende unterstützen Sie kranke Menschen und eine neue Humanität in der Schulmedizin. Als kleines Zeichen unserer Dankbarkeit erhalten Spender ab einem Betrag von 25 Euro einen Button, damit sie immer wieder daran erinnert werden, dass sie mit ihrem Geld Menschen unterstützen, die schon längst abgeschrieben waren. Unterstützt uns bitte bei unserer Kampagne. Die International Cancer Corporation ist eine Gesellschaft, die gemeinnützig ist, deswegen können Sie Ihre Spende auch steuerlich absetzen. Damit Sie nun einen tieferen Eindruck bekommen, stellen wir auf dieser Plattform Informationen links zur Verfügung, über die Sie sich informieren können, wie wir arbeiten, was wir erreichen wollen und wie weit unsere Projekte bereits gedient sind. Herzlichen Dank für Ihre Spende, für Ihre wichtige Unterstützung. Es gibt nämlich einen Leitsatz in der Medizin. Es gibt keine Therapeuten, es gibt keine Patienten, es gibt nur Menschen. Herzlich, Ihr Dr. Reinhard Probst